Wir wollen einfach nur gut kicken und dann hoffen, dass wir das erreichen, was ich der Mannschaft total wünschen würde, weil ich habe ja auch gesagt, es hat keiner so sehr verdient, den Aufstieg wie wir, weil wir auch in dieser Saison immer wieder Aufstehmentalität zeigen mussten und jetzt wieder, jetzt müssen wir wieder eine Aufstehmentalität zeigen und das alles findet auf dem Platz statt. Und das habe ich mir einfach auch gewünscht, dass nicht nur die Trainer so eine Entscheidung kommentieren, sondern auch die Schiedsrichter, da zieh ich den größten Hut vor. Aber diese Entscheidung hat das Ganze eben dann trotzdem nochmal ein bisschen schwerer gemacht. Das ist klar, die Herausforderung, die eh schon groß war, wird noch größer. Aber wir brauchen diese Prüfungen, glaube ich, um eben was ganz Großes zu erreichen.